Das Wind hat jede Vorstellung übertroffen. Also ich bin sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass Mercedes, Benz und Roadster sich so ins Zeug legen und sowas Großartiges auf die Beine stellen. Es ist wirklich ein Event, das mir sehr wichtig ist, in meinem Zukunftsbetrieb. Der Fabriksbesuch ist für mich der wichtigste. Die Werksbesichtigung ist für mich persönlich das Highlight, das Ganze zu sehen, die Bandfertigung, wie schnell das geht. Die Präzision, das ist sehr beeindruckend. Es ist schon etwas Exklusives, was man nicht so tagtäglich erlebt. Mercedes-Benz, Trucks you can trust. Der Fabriksbesuch ist für mich. Der Fabriksbesuch ist für mich. Der Fabriksbesuch ist für mich. Der Fabriksbesuch ist für mich.